Die Siedler von Katan. Ein Brettspiel von Klaus Täuber mit Illustrationen von Tanja Donner für drei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Dauerlaut Hersteller 75 Minuten. Erschienen bei Cosmos. Worum geht's? Gelandet auf einer unbekannten Insel. Durch Erschließung von Rohstoffquellen und Handel mit unseren Konkurrenten vergrößern wir unser Reich mit Siedlungen und Städten. Können wir die Herrschaft über Katan erringen? Spielvorbereitung. Landfelder verdeckt mischen. Fünf Landfelder offen in einer Reihe in die Mitte legen. Über und unter diese Reihe je vier Landfelder offen anlegen. Jetzt noch oben und unten je drei weitere Landfelder anfügen. Die Rahmenteile mit den Häfen beliebig um die Landfelder anlegen. Zahlenschips alphabetisch sortieren. Beginnend bei einem beliebigen Eckfeld gegen den Uhrzeigersinn einen Chip auf die Landfelder legen. Die Wüste wird dabei übersprungen. Sind alle Chips verteilt, werden sie aufgedeckt. Jeder wählt eine Farbe und erhält in dieser fünf Siedlungen, vier Städte und 15 Straßen und noch eine Übersichtskarte. Kartenhalter neben das Spielfeld legen. Rohstoffkarten sortieren und offen in die Kartenhalter legen. Entwicklungskarten mischen und als verdeckter Stapel in das freie Fach des Kartenhalters legen. Sonderkarten und Würfel neben das Spielfeld legen. Den Räuber auf die Wüste setzen. Nun würfeln alle mit beiden Würfeln. Wer die höchste Zahl hat, beginnt. Im Uhrzeigersinn setzt jeder eine Siedlung und eine angrenzende Straße. Siedlungen dürfen nur auf eine freie Kreuzung gesetzt werden. Außerdem müssen dafür alle drei angrenzenden Kreuzungen ebenfalls frei sein. Anschließend gegen den Uhrzeigersinn eine weitere Siedlung und die angrenzende Straße setzen. Beginnend beim Spieler, der die letzte Siedlung in der ersten Runde gesetzt hat. Die zweite Straße muss an die zweite Siedlung gebaut werden. Sobald die zweite Siedlung gegründet wurde, erhält der Besitzer eine Rohstoffkarte für jedes an diese Siedlung angrenzende Landfeld. Spielablauf Das Spiel verläuft über mehrere Runden. Wer am Zug ist, muss folgende Aktionen ausführen. 1. Rohstofferträge Beide Würfel werfen, die Gesamtsumme bestimmt die Felder, die Rohstoffe für alle bringen, die eine Siedlung, einen Rohstoff oder eine Stadt, zwei Rohstoffe angrenzend besitzen. Sollte das Feld gewürfelt werden, auf dem der Räuber steht, gibt es keine Rohstoffe. 2. Handel Der aktive Spieler darf nun beliebig Rohstoffe tauschen. Entweder mit Mitspielern generell, 4 zu 1, oder mit einem der Häfen, 3 zu 1 oder 2 zu 1 bei einem Spezialhafen, wenn er dort eine Siedlung oder Stadt hat. 3. Bauen Der Spieler am Zug darf nun beliebig Straßen oder Siedlungen bauen, Siedlungen zu Städten erweitern oder Entwicklungskarten kaufen, solange er die entsprechenden Kosten bezahlen kann. 4. Räuber Wird eine Sieben gewürfelt, gibt es keine Rohstoffe. Jeder, der mehr als sieben Rohstoffe hat, muss die Hälfte abgerundet abgeben. Der Spieler versetzt den Räuber auf ein beliebiges anderes Feld. Er darf dann von einem verdeckt einen Rohstoff stehlen, der an diesem Feld eine Siedlung oder Stadt hat. 5. Entwicklungskarten Wer dran ist, darf eine Karte, die nicht in diesem Zug gekauft wurde, zu einem beliebigen Zeitpunkt des Zuges ausspielen und abhandeln. 6. Sonderkarten Sobald jemand die Bedingungen einer der Karten erfüllt, bekommt er sie, kann sie aber auch wieder verlieren. 7. Spielende Sobald jemand 10 Siegpunkte erreicht, endet das Spiel. Derjenige gewinnt. Über Напel Sobald jemand 10 Siegpunkte Sobald jemand 10 Sieg label Baum 10 Sieg într cứu. Damit er jemanden deru 1 und 1, in diesem frei sicht. Untertitelung des ZDF, 2020